Ein wunderschöner Tag meine Damen und Herren, willkommen zur Pressekonferenz, das Simon-Isenthal-Center und die Liste der schlimmsten antisemitischen, anti-israelischen Verundlimpfungen 2012 mit Rabbi Abraham Cooper und Dr. Matthias Künzel. Zum Ablauf der Pressekonferenz, der kurzere erste Teil wird in Deutsch ablaufen, also mein Statement und das Statement von Herrn Künzel und Rabbi Cooper wird dann das Wort auf Englisch an Sie richten. Da die Pressekonferenz auf anderthalb Stunden konzipiert ist, wird genügend Zeit für Fragen an die Referenten sein. Ich hoffe, wir können alle Ihre Fragen beantworten. Nur kurz zu meiner Organisation und unseren Beweggründen, Rabbi Cooper nach Deutschland zu einem Pressegespräch einzuladen. Ich bin Vorsitzender des Mid-East Freedom Forum Berlin oder kurz MFFB. Mein Name ist Michael Spanay. Das MFFB wurde 2007 gegründet, um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte im Mittleren Osten zu befördern und Despotie, Islamismus und Antisemitismus zu bekämpfen. Das MFFB stellt Politikern und Journalisten Informationen über die politische und gesellschaftliche Situation im Nahen Osten zuvor und organisiert Informationsveranstaltungen und Hintergrundgespräche für deutsche Abgeordnete und Regierungsmitarbeiter mit internationalen Experten über die Gefahren, zum Beispiel die Gefahren des iranischen Atomprogramms, der Israels Sicherheitslage und den notwendigen Kampf gegen Islamismus. Wir glauben, dass in der deutschen Öffentlichkeit, einschließlich Universitäten und Medien, die Bedrohungen, die für den Westen und Israel vom radikalen politischen Islam ausgehen, insbesondere von einem nach Atomwaffen strebenden iranischen Regime, vielfach unterschätzt und nicht genügend debattiert werden. Es herrscht hier in Deutschland ein Meinel, eine adäquate Information über den Nahen Osten. Indem wir internationale Experten nach Deutschland holen, wollen wir versuchen, hier unterrepräsentierte Sichtweisen und Argumente, die unserer Meinung nach ja zu wenig im Diskurs zu finden sind, in den deutschen Diskurs über den Nahen Osten mit einzubringen und so Debatten anzustoßen auf einer breiten demokratischen Basis. Und ähnlich verhält es sich mit den Debatten um Antisemitismus in Deutschland. Und das bringt mich zur Einladung von Rabbi Kupel. Die Statements von Jakob Augstein sind alarmierend und schockierend. Die Regierung Netanjahu, Zitat, führe die ganze Welt am Gängelband. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Das ist ein Ausspruch von Günter Grass, den Augstein zustimmend zitierte. Gaza sei ein Lager und Ultraorthodoxe und Haridien sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihre islamistischen Gegner und folgen dem Gesetz der Rache. So, alles Augstein. Mit Sätzen wie diesen dämonisiert Jakob Augstein Israel und verbreitet das Bild einer jüdischen Weltverschmierung. Es ist erfreckend, dass solche antisemitischen Statements im deutschen Diskurs kaum oder nur wenig auf die Führung stoßen. Wir begrüßen deshalb die Debatte, die das Simon Wiesenthal-Center angestoßen hat. Wir freuen uns sehr über Ihre breite Teilnahme heute und wünschen Ihnen, dass die Aufmerksamkeit für den anti-israelischen Antisemitismus, man muss dazu ausführen, dass immer mehr Israel an die Stelle der Juden tritt und dieselben Funktion im Diskurs übernimmt. Und dass dieser Antisemitismus eventuell nachlässt und das weiter reflektiert wird und diskutiert wird in der Debatte, so dass wir vielleicht in der deutschen Presse weniger solche Statements lesen werden, wie sie ja auch Stein von sich gab. Und dass es zumindest auch eine Empörung über solche Statements weiterhin geben wird. Zur Lektüre haben wir Ihnen einen Handout zusammengestellt, in dem Sie einige ausgewählte Texte zur Debatte finden können und die Definitionsfragen von Antisemitismus können Sie gerne den Referenten später stellen. Texte zur Debatte